Mein Name ist Tatjana Peters, ich arbeite als Reinigungskraft an der AHF auf der weiterführenden Schule in Detmold. Ich kann meine Arbeitszeit hier frei einstellen, dadurch, dass halt die Chefs so vertrauensvoll sind und uns halt da auch viel Vertrauen entgegenbringen. Die sind alle sehr hilfsbereit, also sie springen füreinander ein, wenn Not am Mann ist und von daher fühle ich mich hier sehr wohl. Die Basis der Schule ist der christliche Glaube und dadurch, das spüre ich hier auch voll auf der Arbeit, dadurch, dass ich mit jedem auf Augenhöhe reden kann, egal welche Position er hier an Arbeit hat. Ich habe ja echt nichts, was ich blöd finde. Gut, ein Nachteil ist manchmal, dass es nachmittags ist, ne? Halt an zwei Tagen spätnachmittags, aber ansonsten. Also ich schätze deswegen in Ferien auch, ich habe so viel Urlaub, das hat da keiner. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich schätze. Wir versuchen jetzt einmal auf dem Reihenfolge zu machen, oder? Wenn wir uns zum Beispiel einen Traum einstellen, machen wollen, dann können wir uns zum Beispiel. Wir brauchen die Hinduise. Wir brauchen das beiden, wir brauchen uns nicht nur einen Hälften. Und wir brauchen die Hälften, weil ich dir, nach unten aufd 나가. Bis zum nächsten Mal.